Das syrische Regime kämpft weiter mit unverminderter Härte gegen sein eigenes Volk. Wir berichten aus dem Viertel Bab el-Amer in der Protesthochburg Homs. Seit bald zehn Monaten protestieren die Syrer gegen das repressive Regime von Bashar al-Assad. Mehr als 5000 Menschen starben bereits. In den Städten werden manche Viertel regelrecht von der Armee belagert. Zum Beispiel Bab el-Amer in Homs, das Viertel, in dem die Revolte in der Protesthochburg begann. Unserer Reporterin Sophie Nevel-Kardinal ist es gelungen, in Bab el-Amer zu drehen. Ein gefährliches Unterfangen sind doch ausländische Journalisten in Syrien unerwünscht. Es ist neun Uhr morgens in Bab el-Amer. Am Himmel steigt dicker schwarzer Rauch auf. Eine Pipeline am Rande des Viertels brennt. Für die Bevölkerung besteht kein Zweifel. Es war ein Sabotageakt der Regierung. So kann sie ihre Repression rechtfertigen. Das Arbeiterviertel Bab el-Amer ist eine Hochburg der Revolution. Seit acht Monaten schon. Doch der Widerstand wird hier brutal bekämpft. Das Viertel ist belagert. Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Es fehlt hier an allem. Milch für die Kinder, Medikamente. Wenn wir keine Milch haben, geben wir ihnen Joghurt mit Wasser. Tee oder Zuckerwasser. Auf der anderen Seite eine Straßensperre der syrischen Armee. Ringsherum zerstörte Häuser. Zwei Tage zuvor griffen die Panzer der Armee an. Die Einwohner konnten fliehen, erzählt man uns. Aber nicht alle. Um elf Uhr gedenkt man in Bab el-Amer den Toten. Ein fast schon alltägliches Ritual. Unter den fünf Opfern ist eine 24-jährige Frau. Sie war schwanger und Mutter von vier Kindern. Ihr Bruder will sie zur Märtyrerin erklären. Getötet von der Armee der unerbittlichen Regierung. Meine Schwester kam von der Arbeit. Sie wollte nur kurz einkaufen gehen für die Kinder. Sie hat an keiner Demonstration teilgenommen. Es ist Mittag in Bab el-Amer. Über eine Stunde dauert der Trauermarsch bereits. Erst auch ein Mittel, um die Repression des Regimes anzuprangern. Die Freie Armee Syriens, Deserteure von Assads Armee, wacht über Bab el-Amer. Ihre Mitglieder geben sich gern zu erkennen. Mehr als 2000 sollen es in der ganzen Stadt sein. Alle sind bereit, für die Revolution zu sterben. Wir sind hier, um die Bevölkerung während Demonstrationen und Beerdigungen zu verteidigen und zu schützen. Wir müssen aufpassen, dass die Regierungsarmee nicht in unseren Sektor kommt. Sechs Uhr abends in Bab el-Amer und wieder demonstrieren die Regimegegner und sind stolz. Sie wollen bis zum Ende kämpfen, trotz der Explosionen und Schüsse. Die Menschen verbergen sich indes in den Häusern. Syrien wird auch Thema beim EU-Gipfel heute in Brüssel sein. Europa und Russland sind in dieser Frage ja uneins. Die Menschen verbergen sich die Regimegegner von A eckeln macht angels BÜNDNIS 90, sondern neben der anbietera Vielen Dank.